Wir von der Rasch, wir lieben ja Sport und wir lieben auch die Protagonisten, die dahinterstehen. Und damit ihr zu Hause auch wisst, wer das eigentlich alles ist, haben wir uns für euch ein neues Format ausgedacht. Wir laden Sportler in unsere Heimat nach Sachsen ein. Diesmal sind wir hier in Dresden-Elbland. Und als Gast, als allerersten Gast, haben wir uns niemanden geringeren als den Marathonmeister Tom Gröschel eingeladen. Mensch, da bist du ja schon. Das ging aber fix. Bist du hergesprintet? Nee, sprinten kann ich nicht so. Ich bin langsam gelaufen. Langsam gelaufen. Was wir auf jeden Fall mit dem Tom vorhaben, ist, dass wir mit ihm gegen drei Kontrahenten in Dresden antreten werden. Das sind Local Heroes hier. Wir haben einen WM-Teilnehmer im Kanu-Rennsport mit dabei. Wir haben eine Short-Track-Meisterin mit dabei und auch einen Triathleten. Und für euch geht es diesmal nicht geradeaus, sondern steil bergauf. Wir machen eine Treppen-Challenge. Und wie die Treppen-Challenge aussieht und was euch erwartet, das seht ihr jetzt. Fertig. Und los. Und genau das alles erwartet euch nächste Woche zur Treppen-Challenge Dresden-Elbland. Also viel Spaß, seid dabei. Kommen Sie schnell durch, ja? Okay.